Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Warcraft 3. Ich bin Ram und heute spiele ich ein 1 vs. 1 Ranked Game. Habe mich für Ork entschieden, mein Gegner spielt Night-Elf und das Ganze auf der Map, nördliche Inseln. Ja, gegen Night-Elf wird ja am liebsten der Blader gespielt, von mir persönlich allerdings nicht. Ich bin ja Verfechter des Phasier, den werde ich auch in dieser Runde mal wieder spielen. Und ich überlege noch, vielleicht wieder ein Mars-Headhunter gegen Night-Elf komme ich damit eigentlich ziemlich gut klar. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit zu überlegen. Erstmal bauen wir die Kaserne. Ja, auf jeden Fall habe ich es mir jetzt langsam abgewöhnt, zu früh zu expandieren mit Ork. Hin und wieder packt es mich nochmal, aber eigentlich ist es wirklich eher ratsam, auf Tier 3 durchzutechnen. Dann mit Berserkern, ein paar Kodos, 2 oder 3 Helden und dann den Go machen. Wenn man jetzt so wie ich auf Headhunter geht, dauert der Tech halt ziemlich lange. Bereit zur Arbeit. Aber dafür hat man halt ziemlich früh eine ziemlich große Armee. Headhunter kosten auch nicht viele, ja wie nennt man es, viel Food. Also hier so Nahrung. Braucht ein Headhunter gerade mal zwei. Aber gern. So, zack zack. Dauert ein bisschen bis die Kriegswerkstatt fertig ist. Ich baue jetzt keine weiteren Teons, damit ich gleich zwei Headhunter bauen kann. Die Zukunft gehört, eure Augen sind offen. So, machen wir doch. Da das nächste Büro fertig ist, bis der erste Headhunter rauskommt. Sollte ziemlich gut passen. Ja, mit dem Phasier gehe ich erstmal Harrison. Ja, seht ihr, hat gepasst. Also der zweite kommt direkt raus. Oh. Vor dem Demon Hunter muss ich stiften gehen erstmal. So, den schicken wir einfach mal hoch in die Base. Einfach ein bisschen stressen. Ja, ich hab mich vorm Demon Hunter erstmal ein bisschen verpieselt, weil ich keinen Mana Burn kassiere. So, nochmal kurz. Zack, mit dem Wolf raus, Micron. Schön weiter den Archer attackieren. Muss er nämlich die Moonwales leer saufen. Meine Augen sind offen. Ja. Passt er überhaupt auf? Wir werden angegriffen. Zack, da man. Wo wollte ich gerade sagen? Warum macht er nicht unsichtbar? Aber konnte er nicht. Nacht ist noch nicht hereingebrochen gewesen. Jetzt erst. Benötig er für das Rad. So, dann wieder schön auf den Archer. Meine Augen sind offen. Boah, der ist wieder der Demon Hunter. Na, der Mann. Jetzt hat's mit dem Micron nicht so gut funktioniert. Weg mit dem Wolf. Wir werden angegriffen. Aber meine Taktik geht gut auf. Er kommt einfach nicht zum Creepen. Und das ist halt mein Ziel. Hab jetzt schon vier Headhunter. Da wird auch mal weitergepumpt. Ah, da kommt er schon wieder. Oh, 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 oh. Schanel weg. So, schicken wir auf deine Base. Einfach nur, um ihn abzulenken. Und dann gehen wir hier unten schon eine Runde Creepen. Erstmal rauspullen. So muss das immer klappen. Also jetzt dieses Early. War wunderbar. Der hat sich schön von mir ablenken lassen. Ich habe vergessen, ein Burrow zu bauen. Passiert. Gibt schon mal das. Aber benötigt ihr meinen Rat. Fix die Echse freimachen. Ist zwar relativ stark bewacht, aber mit so vielen Headhunter. Das hat überhaupt kein Problem. So, nehmen wir auch noch das Defend-Upgrade mit. Und ich gehe nochmal hoch. Zack, da hat man ein Scout-Wisp. Ach und kommt. Manchmal kann man einfach nicht aus seiner Horde. Ich versuche es wieder. Ich habe ein Master-Head-Hunter. Vielleicht geht es damit. Ah, dammit. Oh, da kommen die Archer. Ah, und der hat ein Second Hero dabei. Ein Hunter. Stufe 1 ist noch nicht so schlimm. Aber, oh. Ah, shit. Einen Creep kriege ich auch nicht. Also den meinem Item. Na, machen wir erst mal ab. Der Torer, der muss durchkommen, bis er da ist. Könnte funktionieren. Könnte aber auch nach hinten losgehen. Eieiei. Wenn die Echse nicht durchkommt, habe ich ein Problem. Sehen heißt glauben. Das Schicksal wartet. Shadow Hunter. Vor allem alt. Meine Augen sind offen. Benötigt ihr meinen Rat. Wander. Ich habe die ganze Zeit die Minimap ein bisschen im Auge. Deswegen. Voll konzentriert jetzt gerade. Das Schicksal wartet. Okay. Hat geklappt. Abgeschlossen. Die Power steht. Natürlich. Wen soll ich töten? Ich würde auch gerne einen Shadow Hunter leveln. Aber so lange kann ich hier nicht warten. Level 3 Phasier. Ist ja auch nicht verkehrt. Das 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 ist ja auch nicht verkehrt. Da kommt aber zurück, der will fighten, wow, deswegen die Heelwave. Ah, der Kammer attackiert nicht. Er hat die bessere Position zum Kämpfen. Vorsicht! Wir werden angekämpft! Benötigt jemand Rat. Verstehe. Ich hab grad noch mal ein paar Wölfe beschweren. Ich hab noch mal einen Angezug. Jetzt muss ich laufen gehen, oder? Weitig. Nein, geht auch werden. Wir haben später keine Chance gegen meine Headhunter. Aber vorweglaufen ist halt verdammt schwer. Natürlich. Sehen heißt, verstecken sich die Feinde. Benutzt meine Macht. Was dachte ich mehr? So, muss ich rüber? Ah, taue ich schon down, damn it. Hätte ich vielleicht die verstärkten Mauern erforschen sollen. Das war doch klar. Fühlt meine Klinge. Das ist schuld. Dann ist aber schon Stu 3. Was soll ich tun? Benötigt doch jetzt meine Hand. Ah, Bord. Schade. Die Kettenblitz hätten vielleicht gekillt. So, schnell wieder ein paar Peons in die Mine. Und die Echse steht halt noch. Ich muss zwar die Peons nachbauen. Aber so steht noch. Da wird er halt sein TP verloren. Trommeln für die Podos. Und das Berserker Upgrade. Und das ist der Punkt wo wir hinwollen. Sehen heißt glauben. Und der hat Dryaden gespielt. Das heißt Bern. Dauert wahrscheinlich auch noch ein Stück. Okay. Bereit zur Arbeit. Das ist Prodome Auftrag geben. Da unten wollen wir dann auch gleich noch einen Burn. So, Klipp ist auch noch da. Und Berserker Upgrade ist durch. Jetzt wird Bloodlust erforscht. Verstehen euch die Feinde. Ups. Das sollte natürlich nicht passieren. Wo war ich grad ein bisschen in Gedanken. Wir werden angegriffen. So, er hat auch eine Echse. Dritten Helden spielen wollen. Natürlich auch noch. Gibt da noch ein paar Teams wo wir ihn leveln können. Okay, da war der Tinker. Das war's bevor ich zuvor überliere. Ich hab nochmal mit der Kodo gefressen. Das heißt aber auch. Er sieht jetzt erstmal wo ich mich befinde. Was erwartet. Meine Augen sind offen. Schön wieder die Heilsalbe drauf. Wer ist mein nächstes Opfer? Wo verstecken sich die Feinde? Richtig schön shoppen. Meist an die richtigen Helden verteilen. Führt meine Klinge. Das ist totales meines Ausweichens. Den Ankh und den Ring des Schutzes gebe ich alles dem TC. Das heißt, der hält jetzt schon mal richtig lange. Und wenn er stirbt, steht er wieder auf. Ist ja quasi wie die Ulti vom TC. Was verlangt ihr von mir? Ja. Sturm, Erde und fast gewollt. Wir spielen auch nochmal. Perivern mit dem Damage. Alles klar. Muss was getan werden. Bacch. Da gab es noch ein paar Achtungen. So weiter creepen. Und dann können wir uns auch gleich mal an die U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. Ah, da ist er schon wieder. Was ist das? Der Diminanter? Get down! Ich würde gerade sagen, in eine merkwürdige Position hier zum Freiten. Er hat meinen TC-Fokus, war genau richtig. Also er hat halt nicht geguckt, welche Items ich habe. Und er steht hier auf, mein TC. Das muss ich jetzt mal gucken. Leicht die Oberhand habe ich, würde ich sagen. Auch wenn ich jetzt auch ganz schön verliere. Aber die Helden-Kills sind halt immer extrem wichtig. Im Perch komme ich noch nicht ganz dran. Er will ihn wiederbeleben. Na, Gold hat wohl nicht gereicht, wa? Jawohl. Sieg eingefahren. Ja, und ich hoffe, euch hat das Game gefallen. Und wenn ja, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar oder wenn ihr noch nicht habt, natürlich auch über ein Abo. Sehr freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game. Euer Ram.